Das europäische und niedersächsisch finanzierte Projekt CITAM versucht die kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Region Weser-Ems, aber auch darüber hinaus, durch Dienstleistungen im Bereich der Digitalisierung zu unterstützen. Wir bieten ein breites Spektrum an Ausbildung, an Weiterbildung, an konkreten Dienstleistungen, an Labortests bis hin zu Vernetzung und Finanzierungsunterstützung an, um diese Firmen zu unterstützen und dabei natürlich den Digitalisierungsgrad zu erhöhen. Wir machen das zusammen mit einem Team von mehreren Partnern. Das ist zum einen das Office in Oldenburg, die Universität Oldenburg und Gewinett für den Bereich Gesundheit. Da fokussieren wir uns auf Firmen im Bereich der Pflege, der Gesundheitsversorgung, aber auch natürlich von digitalen Tools für die Gesundheitsversorgung. Der zweite Bereich ist der Agrarbereich. Der wird geleitet vom DFKI in Osnabrück. Zusammen mit der Universität Osnabrück und Agrotec Valley können hier Hersteller von Landmaschinen, aber natürlich auch Anwender von Landmaschinen in ihrer Digitalisierung unterstützt werden. Wenn Sie Interesse an diesen Dienstleistungen haben, ist der erste Schritt natürlich mit uns A, Kontakt aufzunehmen. Wir würden dann in einem gemeinsamen Schritt zunächst Ihr Digitalisierungspotenzial, Ihren aktuellen Digitalisierungsgrad bestimmen. Und wir würden an der Basis Ihres aktuellen Profiles ableiten, welche Maßnahmen zielführend für den nächsten Schritt der Digitalisierung sind. Die würden wir gemeinsam mit Ihnen durchführen. Und am Ende dieses Prozesses müssten wir dann zwei Jahre später auch nochmal den Digitalisierungsgrad erheben, um idealerweise zu zeigen, dass sich dieser erhöht hat. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen oder eben Interesse an diesen Dienstleistungen haben. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Vielen Dank.